Leute, ich surf grad so gemütlich durchs Internet. La la la, im Internet ist immer was los. Da bin ich zu Hause, den ganzen Tag Internet. Da lese ich unter einem Video von mir folgenden Kommentar. Hä? Wat für ne Melone? Kannte ich jedenfalls nicht. Hab dann nachgeschaut. Post Malone ist ein Trap-Musiker, was auch immer das heißt. Und der sieht ja wohl mal überhaupt nicht so aus wie ich. Ich mein, guckt euch nur allein mal diese ganzen Kritzeleien im Gesicht an. Die hab ich ja zum Beispiel gar nicht. Also, normalerweise nicht. Ich hab mir die jetzt ins Gesicht gemalt, einfach nur für den Vergleich, dass man nochmal ganz eindeutig sieht, dass ich nicht aussehe wie Post Malone. Und für so'n Scheiß geht das Gesicht mit Edding angemalt.